So, Hallöchen und zur Ehre wollen wir jetzt noch das Parkhaus, außer die Parkhaus ausräumen. Den Plan hatten wir ja schon gemacht. Ah, Turnier, Turnus, Kuhl kann fahren. Ja, den Plan haben wir ja schon mal gemacht. Ihr habt ja ein Video dazu, da fehlte uns ja damals nur das Equipment, also die Schuhe. Ich hoffe, dass der Rest von dem Plan in Ordnung war, den konnten wir nun nicht feststellen. Und deswegen nehmen wir einfach unseren Plan, wie wir mal gemacht haben. Und führen genau den aus. Diesmal haben wir die Schuhe, diesmal darfst uns das Mikrofon keine Probleme gestalten. Und, ja, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, genau das machen wir jetzt weiter. Da war ja auch noch ein Wachmann und so. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, das Video. Okay, dann beobachten wir mal den Schläger, das ist in dem Fall Thomas Kuhl. Ob der das schafft? Jo, perfekt. Was macht Matt eigentlich da? So, der steht nur rum. Der will sich die Alarmanlage schnappen, alle klar. Der sackt schon Bilder ein. Aha, war hier eine Stechuhr? Ah, das sieht doch gut aus, was ich hier geplant habe, damals. Das hier fällt mir schon mal. So, der steht jetzt hier nur rum. In der Zeit beobachten wir mal Tony. Der läuft auch nur hier rüber. Jetzt warten sie anscheinend, bis Matt irgendeine Alarmanlage ausschaltet. Ist ja cool, was ich hier geplant habe. Waren hier nur zwei Alarmanlagen? Wir müssen wohl eine Alarmanlage vergessen haben. Mhm, mhm. Ist ja interessant. Ich glaube, ich habe hier irgendwas zeitlich schlecht koordiniert. So, ich habe gerade tatsächlich ein bisschen zu knapp geplant. Also Thomas Gruhl hat genau in der Sekunde ein Bildchen schon gegrabt, in der Matt gerade die Alarmanlage ausgeschalten hat. und bei dem computer wohl auch morgen wer wartet jetzt so ein hässlicher kommt nicht raus wer denn schon wieder thomas google alter wirklich zu blöd naja kriegen wir hin so wir haben die hoffnung dass thomas google diesmal nicht hängen bleibt ich habe ihn jetzt mal anders lang laufen lassen also eigentlich ist der coo super verlofen das ist wirklich nur dass er immer irgendwo hier an irgendwelche stellen hängen bleibt ja vielleicht kommt er jetzt nicht mal nicht durch die tür raus oder eine zufallspatrouille kommt vorbei oder irgendwas seht ihr lief endlich mal wirklich richtig gut war eigentlich ein easy ding wenn man die schuhe hat und wenn das nicht so blöden zu verlebt dass die irgendwo stecken bleiben ach ja wenn das spiel nicht so buggy wäre wird noch tausendmal geiler soo wir hatten mal die geschicht hier mal aus was nö kein erkennungsgrad kein erkennungsgrad nichts nichts achten prozent naja nicht in den akten also läuft gut hier für den momentanen kuh verlauf ist das schon ja wir sind nur ein prozent die akte gerade mal ist ja gar nichts mit genau so ein prozent akten material so spitze bei den werten kann ich nur sagen hat sich richtig lohnt so verkaufen wir mal mrs parker weiß nicht wir haben das ganze ding komplett ausgeräumt wir hatten eigentlich keine probleme bild 5437 nix geld statu 9768 also ihr merkt wir haben langsames diät nur noch für die ehre china war 1772 historisches grundobjekt 1683 also wir könnten uns jetzt jedes auto leisten jedes werkzeug ja eigentlich was war überfallen momentan wir könnten sogar die billigen sachen überfallen um einfach in der story schnell weiterzukommen das ist natürlich ich möchte ja der ehre halber wenn ich jetzt schon letzt player und so möchte ich auch alles ausgeräumt haben wollte nicht ins hotel jaja bild 3054 pund geld 232 pund statue 5029 pund grund verweigert und dann bleibt uns noch mr malo bevor wir auf matt seine werte zu sprechen kommen matt hat er hier so ziemlich alles alleine gemacht also man kann wirklich sagen respekt bild 1735 pund gott wie schlecht geld 278 pund statue 4950 äh 4905 pund kunstobjekt wieder nicht und dann wollen wir nur noch matt seine werte sehen dann können wir blablablabla schlösser auf 77 hoch aufpassen 43 elektronik 44 und safes 31 schlösser auf 76